Oh, 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 oh. Alles klar, dann gehen wir mal wieder zu Sophia, gucken was bei der so läuft. So, dann los geht's. Oder hat es Assassin's Creed Revelations nur 8 Sequenzen? Ich weiß es nicht mehr. 8 oder 9. Was ist das? Ein Geschenk, bitte. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Was sonst, Ezio? Herr Ezio. Was sonst, was sonst. Na, eine Schnellreise. Wenn es schneller geht. Schon mal gerade auf die Uhr. Ja. Könnte noch klappen. Egal, ich mach das noch gerade zu Ende, die Mission. Ja, ich will gerade die Assassinen nochmal auf Reise schicken. Ich brauch die ja jetzt alle nicht. Oh, okay. Ich bin Agency. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Schicken wir die mal auf Reisen. Wie viel braucht der denn noch? Ah, etwa 900 EP, okay. Ah, das klar. So, dann holen wir uns jetzt das Buch und dann holen wir uns das Siegel, dann gucken wir uns das Siegel an und dann höre ich auf. So ist der Plan. So, komm schon. Ja, Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Masseaf-Schlüssels enthält, nutzend die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Klar, das ganze Geschichte kennen wir ja schon. Na, diesmal nicht beim ersten Mal. Alles klar. So. 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 Sehr gut. Ach, machen wir gerade hier noch. Wir haben ein Mädchen schon freigeschaltet. Oh, fuck. Komm schon. Komm schon. Ich kann hier, glaube ich, fast alle jetzt zu einer beliebigen Fesse zuorten. Trotzdem muss ich jetzt gerade noch höher. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2021 So, jetzt sind wir auch da, Gott sei Dank. War lang genug, ey.